Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Noch ein kurzer Nachtrag zum MWC 2019 aus Barcelona. Huawei oder Huawei hat da nicht nur das faltbare Mate X vorgestellt, sondern auch noch seine Matebooks überarbeitet. Matebooks nicht zu verwechseln mit den MacBooks von Apple, nein, Huawei hat die Matebooks. Das 13er kennen wir ja schon, das haben die auf der CS in Las Vegas vorgestellt, das habe ich gerade noch im Testeinsatz. Das kommt leider nicht in der Nvidia MX150er-Version nach Europa bzw. zu uns nach Deutschland. Davon wurde jetzt ein Update präsentiert, auch mit Touch-Display. Nur, ihr könnt es euch denken, die Touch-Version hat dann auch die Nvidia drin und das ist nach wie vor, auch jetzt mit einiger Zeit Abstand nach wie vor die Aussage, das kommt nicht nach Deutschland, also zumindest keine Nvidia-Version. Also eher uninteressant, aber schön, dass man da jetzt wenigstens Touch-Screen international nachgereicht hat, auch wenn man das Display ja nicht komplett umklappen kann. Eine Überraschung, aber auch noch nicht so richtig interessant, das Matebook 14, also wieder eine 14-Zoll-Version, auch wieder dann 3 zu 2-Verhältnis. Natürlich auch hier neuesten Prozessoren, auch hier die Webcam unter der Fn-Taste versteckt, wie wir es vom Matebook X Pro kennen. Kommt aber erst im Mai, Juni auf den Markt, dann aber auch nur in Nvidia-Versionen, so wie ich es verstanden habe, also mit den neuen MX250ern, also die ein bisschen aufgebohrten 150er. Hat leider aber auch kein Thunderbolt. Wir haben ein paar mehr Anschlüsse, ein bisschen mehr USB-C, 3.0, 2.0 voller HDMI-Anschluss, also da hat man halt nicht dieses Adapter-Leben, wie wir es vom X Pro kennen. Und die Akkulaufzeit soll deutlich länger sein. Da wirbt Huawei endlich mal mit einer langen Akkulaufzeit. Und last but not least, das Matebook X Pro wurde endlich überarbeitet. Leider nicht so, wie ich mir das letztes Jahr gewünscht habe, mit mehr größerem Akku, nein. Dafür natürlich mit neuesten Prozessoren, auch hier nur standardmäßig MX250er verbaut. Die gibt es nicht anders als bei den X Pros, das freut mich ja. Und endlich das notwendige Update auf einen Thunderbolt 3-Anschluss. Auf der anderen Seite gibt es anscheinend dann nach wie vor USB-C. Aber wenigstens ist einmal Thunderbolt 3 verbaut, mit dem Adapter-Leben, was man damit natürlich führen muss. Aber ich meine, warten wir es mal ab. Ich freue mich auch hier, das Direkt endlich in die Pfoten zu bekommen, wenn es denn dann endlich startet zum Preis. Ich glaube, es waren 1600 Euro in der kleineren Version. So, und jetzt kommen wir zu meinem Highlight der Messe. Okay, vielleicht nicht wirklich jetzt Highlight der Messe, aber für mich, es war ein richtig toller Moment, als, ich glaube, irgendeine ungarische Seite hatte dieses Gerät dann irgendwoher abgefotografiert. Und jetzt haltet euch fest, ein Huawei Matebook mit einem Qualcomm Snapdragon. Und ich wusste davon nichts. Ich habe dann hinterher vielleicht gedacht, Qualcomm hat auch auf dem MWC nichts angekündigt, aber ich meine, irgendwo hatte ich dann schon mal Huawei irgendwie als Partner für diese Windows-on-Snapdragon-Plattform gesehen. Aber weder Qualcomm noch Huawei haben dieses Gerät an die große Glocke gehängt, noch vorgestellt. Und nachdem ich dann irgendwo diesen ungarischen Blogbeitrag irgendwann abends gesehen habe, habe ich mir am nächsten Tag, ich habe gesucht. Und im offiziellen oder im frei zugänglichen Bereich der Messe war das Gerät nirgendwo zu finden. Aber Huawei hat wie jedes Jahr, ich glaube, Halle 1 oder Halle 2 ist das, die ganze Halle gemietet. Und da machen die ihre große Huawei-Show. Da ist immer, also da kommt man nicht so einfach rein, auch wenn man sagt, hier, ich bin Preuße, lass mich mal rein. Ne, 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 da muss man dann schon entweder ganz schnell laufen können oder sich halt reinquatschen oder jemanden kennen. Und ich bin dann wirklich rein, habe dann gesucht und habe tatsächlich eins von diesen neuen Matebook-Es gefunden. Und es stimmt, es ist die Qualcomm-Plattform, es ist aber noch der alte, also der 850er. Noch nicht der neue 8X-Cer oder 8CX, wie rum war es jetzt? Ich verwechsel das immer. Also nicht der, den sie jetzt neu vorgestellt haben oder neu im Dezember, der 8CXer war es. Da sollen ja die ersten Geräte im dritten Quartal 2019 kommen. Aber trotzdem, ich meine, wir haben da ein Huawei-Gerät mit einem Snapdragon und natürlich müssen die natürlich auch die Modem-Technik von Qualcomm drin verbauen. Finde ich natürlich echt ansprechend. Dazu gibt es aber keine Daten, also nichts an, also klar, natürlich gibt es Daten, ne. Das ist das Ding, ich glaube, 4 GB RAM hat es, klar, LTE 2K-Display. Und ja, also Standardsachen. Und das Schöne ist, ich glaube, die ganzen Fotos, die dann auch von der deutschen Presse rumgehen, das waren dann alle meine Bilder, hat mich dann auch ein bisschen sehr gefreut. Und neben, da sagt man dieses Gerät endlich mal, oder man läuft da rum. Und ihr wisst es, ich bin so ein Fan von diesem Windows-Zeug, also Snapdragon, weil ich es einfach toll finde mit der Akkulaufzeit. Und dann wird so ein Gerät vorgestellt, beziehungsweise überhaupt nicht vorgestellt. Und dann sieht man es und dann, also ich fand das toll. Also wieder dieses typische 2-in-1-Konzept mit externer Tastatur fühlte sich ja ganz okay an, wieder mit dem Stylus dazu. Aber auch hier, das Schöne ist halt einfach, das ist halt für das Basiszeug, also rumsurfen, einfach ein Basis-Windows-Gerät haben. Und dann ist das immer, sie sagen, kommt jetzt wieder zum Qualcomm-Mantra, always on, always connected, always on, always connected. Also das Ding läuft halt dann auch, wobei Huawei da sehe ich nichts vernünftig, also auch nichts zu gesagt hat, neben Preis und Datum. Und dann sagen sie nicht wirklich was zur Akkulaufzeit, da muss man sich dann wieder auf die Qualcomm-Zahlen verlassen. Also ich gehe auch hier wieder davon aus, dass es wahrscheinlich problemlos möglich sein sollte, dass das Gerät 20 Stunden Display on-site mit permanenter LTE-Verbindung liefert. Aber wie so oft, wie auch bei den Lenovo, wie auch bei den Asus und bei den HP-Geräten, der Preis. Und da habe ich vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass Huawei das vielleicht ein bisschen günstiger anbieten wird. So und das war es zu den Qualcomm, ach zu den Qualcomm, zu den Huawei-Geräten noch, also zu den Notebooks und 2-in-1-Geräten vom MWC 2019. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik